Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play King of Earth wird das Lied. Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Partei. Und herzlich willkommen 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 zu einem neuen Partei. Können Sie bitte mal in das Menü reingehen in der Pause? Und herzlich willkommen zu einem neuen Partei. Er schafft. Was ist denn noch? Hallo? So, eure Geschichte. Endlich. Ich wollte nämlich in Kommandos. Fusion. Da ist nur... Vita und... Vita mit... Was haben wir denn hier alles so schönes? Hm. Hm. Einfach mal ein Leuchtkristall. Heilkunst. Gleich mal alles ausrüsten. Hm. Eigentlich ja egal. Ich hab euch wollte. Ein Rebelline Heilsauber. Venn? Terra! Aqua! Ja, da ist ja schon wieder... Das Wesen. Der Gegner. Wie ich ihn vermisst habe. Nicht wirklich. Die. Auf, das. Wesen... 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 Wesen. Ja, glaube ich nicht. Warum trifft... Müssen wir mich dran gewöhnen. Und Aqua ist größer als Ventus und Ventus könnte immer schön unten durch. Und Terra, der ist Terra, der kann auch unten durch einfach schlüpfen. Okay, Aqua ist irgendwie das schwierigste Charakter, der im Spiel bisher. Okay, Aqua ist irgendwie das schwierigste Charakter, der im Spiel bisher. Ja. Danke. Ja, man kann sich nicht schützen. Und ich muss nochmal drauf beschweren. Aber diesmal klappt es möglich, denn ich weiß jetzt, was ich tun sollte. Und was nicht. Woher geht's halt vor. Ja, ich nehme raus. Aber vielleicht geht's. Ja. Daah, was ich noch? Ja, nicht. Ja. Ja. Oh, nö. Wo soll ich dich haben? Ich steckte fest. Mano. Wieso? Okay. Ja. Ah, sorry. Das werde ich alles wieder an. Ja, das war eine doofe Idee. Was gebe ich zu? Aber wenigstens habe ich es schon mal sehr weit geschafft. Das war's. 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 Ja, da muss man auch was machen kriegen, ja. Ja. Klingeln Aura. Klingt auch sehr vielversprechend. Klingeln Aura. 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 Schnell, wenn du es hinterher. Ich helfe immer noch nicht hier oben. Das tue ich nicht. Äh, Schutzformel? Nicht einem nur angucken. Äh, ja. Donuts! Zum Kämpfen habe ich noch Spürzeit. Die Welt, Leute. Bis später. Der Fontänenplatz. Na, toll. Stay. Ding? Ja. Hiya. Hiya. Komm schon! Ja, alles, sauber, schieb da! Locken und spontan. Ja, das hätte ich schon noch nicht gebraucht. Lunagristall. Und Barriere. Ja. Abschluss-Kombos. Ähm, ja. Das ist schon mal klar, was das sein wird. Ich brauche jetzt mal wieder Geld. Was kriege ich mal in fernen? Nichts. Doof. Richtig doof gelaufen dann. Auch egal. Mal Blitzer reinhauen. Hier, gesehen. Status. Klingel-Aura. Okay. Merken. Dicke Album. Eingefunden. Stimmt. Das sieht eigentlich nicht sehr schön aus, mehr. Das muss halt so sein. Und hier ist eigentlich nichts mehr. Gut, das heißt jetzt eigentlich, die Souveränien rüber zu kommen. Und auch erst mal zu, Merlin. Weil der würde sich halt wieder aufhalten wollen. Das Buch hat mir sonst nur nichts gebracht. Und das dritte? Terra und Ventus waren hier? Ja, Aqua, du hast recht. Aber er hat mal hier. Mogi. Nein. Kaufen. Nein. Nichts. Ist dabei. Ist die drin? Ah, so ein Bericht. Warum hat er einen Bericht in seinem Zimmer? Hier. Okay. Mal sehen, ob hier etwas passiert. Ja, ein Kommandorat habe ich bekommen. Ja. Und was nützt mir das jetzt nun? Nicht so wirklich was. Nicht so wirklich was. Ah, ja. Ja. Ventus. Ja. 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 Was bedeutet? Ich werde die Fragen stellen. Und warum sollte ich? Nach allem... zwischen den beiden uns, ich bin der einzige, die von dir auswählen wird. Ja, wiederum! Das ist so schnell! Das ist so schnell! Das ist so schnell! Das ist so schnell! Ich hab dich! Ich brauche langsam mal diesen doofen Eingristall. Ja. Wie gesagt, wir müssen uns immer wieder nicht auf Vorsitzendrücken. Aber, das muss es aber sein. Mal sehen, Mokri, hast du irgendwas Gutes? Eigentlich nicht. Musik 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 Ja, fände ich es ein. Da muss ich mich ein bisschen defensiver rangehen. Problem ist ja, Visieren bringt ja nichts. Ja, fände ich es. 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 Ja, aber... er ist weg. Genau. Dann kann ich hier nicht bleiben. Ich gehe mit dir, Aqua. Nein, dann. Gehe wie ich sage und gehe nach Hause. Warum darfst du mir nicht? Ich möchte dich nicht in harm's way setzen. Du verstehst? Ich habe die Tochter von Ungewöhn. Ich werde bei einem Ungewöhnlichen Zettel. Ich habe dabei die Elendrugassen. Ich habe mit ihrem Leselchen. Ich glaube, es ist eine weimar. Ich werde mit einer Weibung zurück Ich werde mit einer Weibung zurückgehen. Ungewöhnelt. Und die nächsten drei Felden. Aber das wird es mal für diesen Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao. Aber ja, wie fehlt ihr gerade das Verhalten von Venitas? Kurze Frage noch am Ende. Schreibt es in den Kommentar.